Herzlich willkommen zu eurem Open Water Diver Tauchkurs und mein Name ist Jürgen. Ich habe hier meinen Kollegen den Christian noch dabei, der wird euch heute tatkräftig mit mir zusammen in die Faszination Unterwasserwelt einweisen und dazu ist es wichtig und nötig, dass wir zunächst unser Gerät kennenlernen und unser Gerät, ein Drucklufttauchgerät, gemeinsam zusammenbauen, sodass es einsatzbereit ist für eure Ausflüge unter Wasser. Ich habe euch hier versammelt und habe gesagt, legt bitte die Flaschen hin. Das hat einen Hintergrund. Wenn wir weggehen von einer Tauchflasche, ist es gefährlich, wenn sie steht und jemand schmeißt diese Flasche um. Da sind 200 Bar drin. Das heißt zum Vergleich, ein Autoreifen hat zwei Bar. Wenn ein Autoreifen bumm macht, macht das richtig bumm. Wenn 200 Bar bumm machen, macht das richtig bumm. Deshalb, wenn ihr weggeht, immer die Geräte bitte hinlegen. Was wir heute verwenden ist eine 10 Liter Flasche, eine 10 Liter Volumenflasche. Ist mit 200 Bar gefüllt. Wenn ich das multipliziere, habe ich ein 2000 Liter Luftvorrat, der eine ganze Weile unter Wasser reicht. Gehe ich tief, brauche ich ein bisschen mehr Luft, bleibe ich flacher, komme ich mit meiner Luft länger aus. Dann gibt es natürlich entsprechend viel größere Flaschen. Dann schaut mal in eurer Kiste. Da findet ihr sowas. Sieht aus wie eine Weste. Nehmt die mal aus eurer Kiste und stellt dann eure Tauchflaschen bitte so vor euch hin, wie ich das jetzt hier demonstriere, dass die Öffnung von euch weg ist. Für die, die es ein bisschen leichter haben wollen, ein schwarzes Rädchen auf die rechte Seite. Wunderbar. Also Öffnung von euch weg. Dann haben wir hier eine Tarierweste, im englischen BCD genannt. Das bringt uns dazu, von unten nach oben zu kommen, aber auf der anderen Seite auch zu schweben oder erst mal von oben nach unten zu kommen. Das Einfachste ist die Rückseite. Auf der Rückseite befindet sich ein Spanngurt, um die Flasche mit diesem Gerät, mit dem BCD, zu verbinden. Werden wir euch gleich noch mal zeigen, wie es denn so funktioniert. Es gibt von den Herstellern zu Herstellern unterschiedliche Verschlüsse. Das ist ein Schnellverschluss. Das ist recht einfach zu managen. Das, was ihr jetzt gerade so in der Hand haltet, hat eine etwas andere Spannweise. Ich unterstütze euch gleich, wenn wir es dran machen. Dann drehen wir das Ding mal zur anderen Seite, so dass die Öffnung, da wo ich nachher wie ein Rucksack, von mir weg zeigt. Das erste, was wir auffällig finden, ist ein Faltenschlauch. Der Faltenschlauch hängt über der linken Schulter. Wenn ihr euch den mal anschaut, hat der vorne Knöpfe. Bei mir jetzt hier einen roten und einen grauen. Bei euch einen blauen zum reindrücken, einen orangen zum reindrücken, herstellerbezogen. Bei euch sind es zwei schwarze Knöpfe. Die sind in der Nähe, wo ein solcher Nippel ist. Das ist ein Luft-Einlassknopf. Bei euch oben drauf. Bei euch analog der blaue, respektive bei dir der orange. Das ist ein Knopf, um diese Weste mit Luft zu befüllen, damit ich nicht auf den Boden einschlage, sondern entsprechend schweben kann. Das Geheimnis des Bedienens dieser Knöpfe ist, den nicht zu drücken so fest ich kann, sondern stoßiert. Einfach wirklich stoßweise. Pump, Pump. Und dann warte ich mal ab, bis die Luft sich nachher in dieser Weste verteilt hat. Wenn ihr hier mal schaut, dieser kleine Nippel hat wirklich ein Mini-Loch, wo diese Luft mal erst durch muss. Wenn ihr da oben reinschaut, seht ihr ein Löchlein. Also es dauert. Gibt der Luft einen Augenblick Zeit, sich auszudehnen. Auf der anderen Seite, bei euch oben vor Kopf, bei mir ist es der graue, bei dir ist es vor Kopf, bei dir vor Kopf, haben wir einen Luft-Ablassknopf. Einen Luft-Ablassknopf, was der Name schon sagt, ist einfach um Luft wieder herauszulassen. Auch hier müssen wir wieder stoßweise das Knöpflein drücken, wenn wir Luft heraus machen wollen. Die Eigenart des Luftstromes ist, er geht nur an dem höchsten Punkt heraus. Beim Rauslassen muss ich diesen Schlauch ganz steil nach oben halten. Das ist so eine fließende Bewegung nachher. Ich liege im Wasser und dann ist es einfach die Bewegung so ein bisschen mit dem Arm, dass der Schlauch nach oben geht. Also Luft reinlassen, kann er so hängen, wie es hier ist. Aber raus könnt ihr hier pumpen, wie ihr wollt. Es geht keine Luft heraus. Ihr müsst immer den Schlauch schön über die Schulter nach oben halten und dann ist das so. Wenn wir unter Wasser sind und ich bin der Meinung oder unsere Trainer sind der Meinung, du musst ein bisschen Luft hineinlassen, dann zeigen wir euch an, hey drück mal. Wenn wir meinen, dass ihr ein bisschen Luft ablassen sollt, dann heben wir den Arm auch hoch und zeigen an, mach mal Luft heraus. So, dass wir wieder in die Schwebeposition zurückkommen. Wir angizieren ja heutzutage alles. Der Lufteinlassknopf ist ein Inflater und der Luftauslassknopf ist ein Deflater. Belüften, Entlüften. Und dann habt ihr noch so ein sonderbares Öffnungsding da inzwischen den beiden Knöpkes. Das ist ein oraler Inflater. Das heißt, wir können diese Weste auch mit dem Mund aufblasen, ähnlich wie ein Wasserball, ähnlich wie eine Luftmatratze. Das funktioniert aber logischerweise nicht mit dem Einlassknopf, sondern es funktioniert mit dem Auslassknopf. Ihr müsst bitte, und das werdet ihr jetzt einfach mal nachmachen, wir nehmen das Mundstück in den Mund, drücken den Auslassknopf und ihr pustet rein. Wenn ihr aufhört zu pusten, Knopf loslassen. Luft holen, Knöpflein drücken und beatmen. Ja, da merkt ihr relativ schnell, dass ihr das Ding mit dem Mund aufblasen könnt. Das ist eine Notvorrichtung, die jedes Jacket, jedes BCD haben muss. Blast euch mal drei, vier, fünf mal da rein, dass ein bisschen mehr Luft drin ist. Und dann schauen wir uns mal die rechte Schulter an. Auf der rechten Schulter gibt es oben so ein Plastikventil. An diesem Plastikventil gibt es einen Faden und vorne am Faden gibt es einen grauen Knopf oder einen schwarzen Knopf oder ein rotes Bönselchen. Das ist ein Schnellablass. Schnellablass bedeutet, das geht schnell. Das ist dosiert und das ist wie eine Notvorrichtung. Alles raus, was da drin ist. Viele Jackets haben auf der Rückseite auch noch einen solchen Schnellablass. Der funktioniert aber nur, wenn der Popo oben ist. Ist der Popo in so einer Position, funktioniert der oder der. Ist der Popo nach oben, funktioniert der. Dran ziehen, Luft ist schlagartig weg. Könnt ihr ausprobieren. Einfach mal dran ziehen und dann ist das, was ihr gerade so mühsam reingepustet habt, auch sehr schnell wieder heraus. Ansonsten befindet sich an diesem Teil ein Bauchgurt, um das Jacket am Körper zu fixieren und dann ähnlich wie bei einem Rucksack Schnallen zum zuziehen, so dass wir den wirklich fest auf diesem Körper haben. Wenn ihr euch die Schnallen mal anschaut, wenn ich jetzt ziehe, das ist sehr einfach. Um das wieder aufzubekommen, braucht ihr nur hier unten drunter fassen und das Ding öffnet sich. So kriegt ihr es wieder nachher bequem an, respektive ausgezogen. Der Bauchgurt ist nochmal gesichert durch eine weitere Schnalle, die bitte auch gleich zumachen. Und viele Jackets haben nochmal einen Brustgurt, läuft oberhalb vorbei, so dass das Jacket wirklich eng am Körper anliegt. Jetzt schließen wir das auf unserer Flasche mal an. Ich drehe mich mal seitlich, ihr bleibt bitte hinter stehen. Ihr fädelt schlicht und ergreifend euer Jacket oben über das Ventil mit diesem Gurt so drüber. Dann ist es schon mal fixiert. Jetzt muss man sich überlegen, auf welche Höhe möchte ist das Jacket in etwa fixieren. Schaut euch das an, das ist eure Schulter. Und das nennen wir Schulter der Flasche. Wenn wir Schulter auf Schulter bringen, sind wir in etwa richtig. Das heißt ungefähr hier. Hier sehen wir jetzt meine Schulter zu der Schulterflasche. Bei mir ist es relativ einfach, ich brauche es nur umklappen. Und wir befestigen es schlicht und ergreifend. Dann drehen wir das Ganze rum. Ihr fasst mal in die Schultergurte und guckt, ob die Flasche jetzt hält, ob sie runterrutscht oder ob sie einfach fest ist. Schaut mal in eurer Kiste. Dort findet ihr ein Gerät mit ganz vielen Schläuchen dran. Zunächst sieht das aus wie ein Wirrwarr. In der Mitte gibt es was ganz schweres. Dieses ganz schwere. In der Mitte ist ein Druckminderer. Ihr könnt euch ja vorstellen, ihr sollt aus dieser Flasche atmen und 200 Bar in den Mund geblasen, dann kommt es an den Füßen wieder raus. Das muss gemindert werden und das ist dieses Gerät in der Mitte. So verrückt sich das was anhört. Das darf alles nur nicht nass werden innen. Deshalb gibt es hier so ein Käppchen drauf. Das Käppchen bitte abmachen, abschrauben. Je nachdem Hersteller ist das schon mal unterschiedlich. Wenn die Kappe lose ist, dann werfen wir das Käppchen bitte in unsere Box. Ist die Kappe mit einem Band befestigt, bleibt es einfach da dran. Dieser Druckminderer, den kann man so ein bisschen drehen, dass man den gelben Schlauch auf der rechten Seite findet. An seinem rechten Arm. Aus eurer Sicht sieht das so aus. Wir werden einmal an dem Dingelchen drehen oder das Festhalten, das Käppchen und das Handrad drehen. Wunderbar. Ich schmeiß einfach die Kappe in eine Kiste. Weil die machen wir nachher, wenn wir auseinander bauen, wieder drauf. Also so drehen, dass ihr den gelben Schlauch auf eurer rechten Seite findet. Zufällig hängt da unten noch was dran. An diesem gelben Schlauch. Dort befindet sich was, was wir in den Mund stecken können. Und schaut mal, in der Nähe des gelben Schlauches gibt es noch einen schwarzen Schlauch. Auch da hängt was dran. Das, was da dran hängt, ist ein zweiter Druckminderer. Der erste, der jetzt hinter meiner Schulter liegt, ist von 200 bar auf grob 10 bar. 10 bar ist immer noch zu viel. Dann geht der hohe Druck in einen Schlauch. Wird gemindert in dieser Stufe auf einen Mitteldruck. Und wird hier nochmal gemindert auf einen sogenannten Umgebungsdruck. In dem Druck, wo wir gerade sind. Mit diesem Teil kann man auf Wasseroberfläche in 5 Meter, in 10 Meter, in 50 Meter immer gleich atmen. Deshalb heißt das Ding Atemregler. Er stellt das automatisch für euch ein. Und dann schaut mal, da hängt ein Mundstücklein dran. Dieses Mundstücklein muss immer oben sein. Genauso. Niemals so rum versuchen, den in den Mund zu stecken. Dann seht ihr hier Öffnungen. Und das könnte sein, dass in die Kammer, wo ihr daraus atmet, Wasser hier reinkommt. Wasser atmen ist nicht so schön. Von daher immer darauf achten, dass das Schläuchlein so hängt, dass das Mundstück oben ist. Wenn ihr den jetzt in den Mund steckt, fasst ihr bitte den Schlauch immer so an. Also nicht hier drauf drücken, sondern einfach immer so. Das hat den Vorteil, dass wir hier an einen Druckknopf kommen. Drück mal da drauf. Merkst du, das ist ein Knopf. Der muss immer frei sein für euch. Wenn ihr den so anfasst, komme ich nicht mehr auf diesen Druckknopf. Wenn ihr nämlich mal in das Mundstück schaut, seht ihr, da könnte Wasser rein. Wenn ihr den jetzt unter Wasser herausnehmt, kommt da auch Wasser rein. Wenn du den in den Mund steckst, schmeckt nicht. Von daher ist es wichtig, den Schlauch so anzufassen, den Atemregel in den Mund zu stecken und zunächst auszuatmen, bevor ich einatme. Durch das Ausatmen pumpt ihr das Wasser aus dieser kleinen Kammer wieder heraus. Also Mund stecken. Es reicht wirklich. Ihr müsst nicht jetzt riesig tief Luft holen, um das da raus zu pumpen. Jetzt ist euch vielleicht ein wenig die Luft ausgegangen. Es ist vielleicht so, dass ihr nicht genug Luft habt. Dann könnt ihr euch helfen, indem ihr den Knopf drückt. Der Knopf ist die gleiche Schicht im Endergebnis, wie als wenn ihr da reinpustet. Also, oder reinstecken und Knopf drücken. Während ihr den im Mund habt, werden wir nachher ein wenig ausprobieren, auch unter Wasser, sodass ihr das Gefühl mal kennenlernt. Für den Fall der Fälle, dass mein Atemregler versagt, kommt nun endlich der Gelbe ins Spiel. Das ist nämlich eure Redundanz. Ein Ersatz, wenn er nicht mehr geht. Dann nehmt er den. Gleiches Funktionsprinzip, was wir gerade hatten, aber ihr erkennt, dass die Schläuche unterschiedlich lang sind. Der Schwarze ist kürzer als der Gelbe. Den Gelben nennen wir Taucher Oktopus. Alternative Luftversorgung. Der Oktopus-Einsatz ist entweder für mich selbst oder für meinen Tauchpartner, wenn der ein Problem hat. Ich fasse wieder hier an, kann das meinem Tauchpartner herübergeben und er kann atmen und könnte auch an den Druckknopf ganz bequem den leerpusten. Meine eigene Sicherheit, das Backup für meinen Tauchpartner. Okay, soweit klar? Wenn ich wirklich mal in eine Situation komme, dass ich keine Luft habe, gibt es das Unterwasserzeichen, ich habe keine Luft mehr. Wenn ich feststelle, ich habe noch ein wenig Luft, aber nicht mehr viel, kann ich das unterstützen. Hey, ich habe keine Luft mehr, aber bleib mal noch ruhig. Gib mir mal Luft. Wenn du wirklich keine Luft mehr hast, wird das Zeichen sehr schnell kommen und dann möchte man, dass der Tauchpartner relativ schnell reagiert. Wenn er nicht schnell reagiert, greife ich seinen gelben Schlauch und stecke ihn mir selber in den Mund. Reagiert er schnell genug, wird der Tauchpartner mir helfen und mir meinen, das gelbe Teil in den Mund schieben. Habe keine Luft. Das habe ich verstanden, dass du keine Luft hast, aber das ist dein Problem. Das heißt, okay, ich habe dich verstanden. Wenn ich zwischendurch einfach mal wissen möchte, geht es euch gut? Hey, ist alles in Ordnung? Dann könnt ihr jetzt schlicht und ergreifend mit dem Gleichzeichen antworten, jo, alles ist in Ordnung. Wenn es nicht in Ordnung ist, nee, da ist was nicht in Ordnung. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist denn nicht in Ordnung? Wenn du dann sagst, du, mein Ohr spielt nicht ganz so mit oder ich habe einen Wadenkrampf oder ihr zeigt einfach auf die Stelle, wo euch irgendetwas stört, wo irgendetwas nicht in Ordnung ist. Nicht in Ordnung. Alles wunderbar. Wir haben ein Problem. Ich habe keine Luft. Zack, kriegst du den gelben Schlauch. Dann lasse ich dich drei-, viermal schnaufen und dann sage ich, alles okay, wir tauchen auf. Dann kann die Antwort wie sein, jo, wir tauchen auf. Wenn das nur eine Zwischenepisode war oder wir an der Wasseroberfläche sind und wir machen uns bereit zum Abtauchen. Hey, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Wir tauchen ab. Wenn wir an der Wasseroberfläche abtauchen, kommen wir wieder zu unserem Jacket zurück. Den Schlauch ganz nach oben. Ihr steht im Grunde senkrecht im Wasser, atmet jetzt kräftig aus, dann geht die Luft aus der Lunge heraus, die Luft aus dem Jacket heraus und ihr sagt ungefähr ein, zwei Meter in die Tiefe und dann können wir in die Schwimmposition gehen. Ganz normal in eine waagerechte Position. Das ist erstrebenswert, dass wir das heute in dem Kurs hinbekommen und gerade schön im Wasser liegen. Das wäre so unser großer Plan. Wenn wir jetzt gerade bei den Zeichen sind und wir sitzen unter Wasser, wir knien uns mal hin. Hey, knie dich mal hin. Oder, hey, geh mal auf deine Knie. Dann geht ihr auf die Knie. Wenn ich den in Fleter hochhalte und mache so, bedeutet das, lasst mal die Luft ab, damit wir schön auf dem Boden knien können. Im Bad oder auf einer Plattform im See. Weil dann können wir Übungen durchführen, ohne dass wir anfangen, durch das Jacket mit Luft zu wackeln. Und dann werdet ihr das Zeichen sehen. Stopp. Stopp bedeutet, stellt alles ein, außer Atmen. Das natürlich weiter. Stopp und schau mal auf mich. Okay. Und dann könnt ihr so ein bisschen enger zusammenrücken, dass ich euch sehe. Und dann werden wir eine einzelne Übung sehr langsam vormachen. Sehr langsam vormachen bedeutet, zum Beispiel, wir versuchen, dieses Schweben wie der Astronaut im All hinzubekommen. Wir nennen die erste Übung Pivoting. Pivotieren, auf den Flossenspitzen balancieren. Dann liegen wir sehr flach auf dem Boden. Die Flossen stehen hinten auf dem Boden. Und dann werden wir euch anzeigen, hey, atme mal ein. Und ihr seht, meine Daumen zeigen nach oben, dass wir auftauchen. Das heißt, wir bewegen uns mit dem Oberkörper jetzt langsam nach oben, werdet ihr merken. Ausnahmsweise kommt dann das Zeichen auch, halte mal die Luft an. Da wir nicht mehr hoch und runter gehen, ist das kein Problem. Aber sonst beim Tauchen immer weiter atmen. Niemals die Luft anhalten. Immer atmen. Okay. Und wenn wir dann stehen, dann können wir sagen, okay, jetzt gehen wir runter. Ich atme aus. Dann werdet ihr merken, okay, da stehe ich jetzt. Und dann macht's bapp und ich bin wieder unten. Dann gibt es das wunderschöne Zeichen dafür. Hey, wir wippen mal ein bisschen. Das werden wir heute öfter machen. Ebenso werdet ihr das Zeichen finden, ich rühre mal in den Topf. Nein, das heißt einfach, wir schweben auf der Stelle. Ähnliche Übung, nur das mal bleiben die Flossen nicht auf dem Boden, sondern wir bewegen uns nach oben in irgendeiner Position, ohne mit den Armen und den Beinen zu wippen. Wir versuchen einfach, sehr neutral zu sein und zu schweben. Das mal so weit als Vorgriff. Unser Atemregler. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Schlauch, der geht ins Nichts. Am Ende gibt es hier eine Schnellkupplung. Ihr seht, die könnt ihr runterziehen. Jetzt können wir dreimal überlegen, wo kommt der wohl hin? Auf unsere Weste, wo ich euch vorhin gesagt habe, da wo der Nippel ist. Zurückziehen, auf den Nippel aufschieben, loslassen und das Ding arretiert. Jetzt noch nicht, bitte. Das ist der Inflater Schlauch. Der letzte Schlauch, den wir haben, ist unsere Tankanzeige. Wenn ihr da mal genau drauf schaut, seht ihr, dass da ein Bereich ist von 50 bei euch, der rot gekennzeichnet ist. Das bedeutet, haben wir diese 50 Bar erreicht von unseren ursprünglichen 200. Ist der Tauchgang zu Ende. Ist unsere Stunde am Ende angekommen. Und dann kommt das Zeichen von uns. Ich habe 50 Bar erreicht. Dann sagt der andere, alles klar, habe ich verstanden. Wir tauchen langsam auf. Und dann erreichen wir die Wasseroberfläche in etwa mit 45, 40 Bar Restdruck. Wenn wir einfach mal wissen wollen, hey, wie viel Luft hast du denn noch? Dann fragen wir mit der blanken Hand und klopfen drauf. Hey, sag mal, wie viel Luft hast du noch? Dann geht von euch der Griff zu diesem Instrument. Ihr schaut da drauf und stellt fest, ich habe noch 120 Bar. Jetzt müssen wir überlegen, wie zeigen wir jetzt dem anderen 120 Bar an, weil wir haben den Atmregler im Mund. Kommunikation unter Wasser geht dann halt nur über Zeichen. Das bedeutet, wie beim Timeout, 100. Und dann nehmt ihr einfach die Finger. 10, 20, 30, 40. Und was war 50? Bitte nicht 10 so anzeigen, weil das hieß, was anderes. Also wenn man sagen will, du hast noch 110 und jemand macht so, dann wird man auf der anderen Seite so große Augen sehen und sagen, warum will er denn oder sie jetzt hoch? Also immer die Finger nehmen und nach oben zeigen. 100, die Finger 50. Sag mir mal, wie viel Druck hast du noch? Wenn wir Übungen unter Wasser machen, das heißt, wir machen irgendwelche Übungen sehr langsam vor, extrem langsam, betonen sehr die Details, wo es drauf ankommt, sodass ihr das wirklich erkennt, drehen uns vielleicht sogar mal ein wenig dabei, dass ihr das noch besser seht. Und dann heißt es irgendwann mal, jetzt darfst du das tun. Dann sitzen wir sehr nah bei euch. Wir kommen, wir lassen euch eure Intimsabstandsfähre, setzen uns so ein bisschen zwar sehr nah, dass wir die Hände auf den Schultern hätten, aber wir klappen uns so ein bisschen nach hinten, sodass ihr nicht das Gefühl habt, wir krauchen bei euch in die Maske. Und dann machst du diese Übung. Wenn es eine Einzelübung ist, kommt der Tauchlehrer zu jedem Einzelnen. Ist es eine Partnerübung, dann heißt es vielleicht mal, hey, ihr zwei dürft diese Übung miteinander machen. Ansonsten, alles klar, ihr bleibt bitte schön sitzen, ich komme jetzt zu dir. Und dann heißt es, mach mal. Wenn wir zum Beispiel nachher eine Maskenübung machen, werden wir sehr nah bei euch sein und eine Hand wird auf der Schulter liegen, ganz locker, nicht knifeln, locker. Und immer wenn wir sehen, dass es so weit funktioniert hat, dass das Wasser nicht mehr an den Augen ist, werden wir euch so ganz leicht zwacken. Dann könnt ihr euch hundert Prozent darauf verlassen, die Maske ist frei. Dann könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Wenn nämlich Kontaktlinsenträger hier sind, dann müsst ihr die Augen unter Wasser schließen. Ansonsten ist es nicht schlimm, wenn ihr bitte die Augen offen lasst. Es ist für uns einfacher, eure Augen zu sehen. Ihr seht natürlich alles verschwommen. Wenn wir in einem Bad sind, ist das Chlorwasser jetzt nicht das brillanteste Objekt, um das 20 Mal an den Augen zu haben. Nicht schlimm, wenn ihr die Augen mal zumacht. Wie gesagt, verlasst euch drauf, wenn wir anzwacken. Das ist so. Wenn wir euch eine Maskenübung aufbürden, was ist bei vielen eine Lieblingsübung, dann möchten wir erstmal, dass da ein bisschen Wasser reinkommt. Das macht man, wenn die Maske beschlägt. So könnt ihr euch wunderbar helfen. Ein wenig Wasser, Finger hier reinstecken, machen wir aber ganz langsam vor und dann geht das Wasser nur bis da. Dann nehmt ihr das Gesicht nach unten und rührt einmal mit dem Kopf. Dann verteilt das Wasser sich an den Scheiben. Wenn ihr den Kopf wieder aufrichtet, ist es nie an den Augen, sondern es ist nur wieder hier unten in dem Glas. Und dann kommt diese Übung, dass wir das Wasser aus der Maske herausbringen müssen. Das geht dann über die Nase. Durch die Maske vom Gesicht könnt ihr durch die Nase nicht mehr atmen. Ihr könnt aber ausatmen. Das müsst ihr bitte auch währenddessen immer mal tun. Das macht man aber automatisch, damit es keine Unterdruckverhältnisse in der Maske gibt. Also einfach zwischendurch mal und dann ist das wieder alles schön und frei. Wenn wir dann sagen, jetzt machen wir die Maske mal ganz ab, ist sie natürlich ganz voll. Wichtig ist, Kopf in den Nacken, auf den Steg von der Maske drücken, zeige ich euch gleich noch mal und durch die Nase langsam einfach ausatmen. Also nicht bumm, sondern und dann werdet ihr sehen, das Wasser läuft raus. Und dann ist das Problem wieder gelöst. Jetzt montieren wir weiter an unserem Gerät und nehmen unseren Atemregler nach vorne. Schläuche sind auf der rechten Seite mit der Farbe. Deshalb sage ich immer, der gelbe hängt rechts. Das kann man sich merken. Und dann seht ihr, haben wir in der Mitte ein Gewinde und wir haben ein Handrad. Und das ist unsere Befestigung mit der Flasche. Wenn ihr hier mal reinfühlt, werdet ihr das Gegenstück von dem Gewinde finden. Dann setzen wir das an, so dass das gerade ist, dieses Gerät, und drehen an unserem Handrad. Es reicht handfest. Da sind Dichtringe drin und das Ding dichtet. Das, das sich bewegt, ist gewollt und auch in Ordnung. Wenn wir das abdrehen, drehen wir das auch wieder nur an diesem Handrad ab. Und dann dreht es bitte noch mal ab, so dass ihr euch so ein bisschen dran gewöhnt, wo auf und zu ist. Und dann schaut noch mal auf die Innenseite dieses Teils und dann seht ihr einen Dichtring. Immer mal schauen, ob dieser Dichtring noch drin ist. 99 Prozent der Fälle ist das so. Es kann aber schon mal sein, dass sich ein Dichtring löst und dann gar nicht drin ist. Dann wird es nicht dichten. Ihr habt gemerkt, es geht relativ leicht drauf und relativ leicht ab. Und das ist auch schon das, was wir haben. Dann montieren wir wieder. Wenn wir montiert haben, handfest, dann suchen wir unseren Schlauch ins Nix. Wenn wir den Schlauch ins Nix haben, habt ihr irgendwo diesen Faltenschlauch und in der Regel ist der noch mal mit einer solchen Schluppe befestigt. Dann stecken wir den einfach mit da durch. Genau. Kannst du alles durchschieben. Und dann haben wir hier unseren Nippel. Wir haben hier unseren Schnellanschluss. Zurückziehen und schlicht und ergreifend draufschieben. Und er arretiert hörbar. Er klickt. Wir werden nachher auch eine Übung machen, dass wir das unter Wasser mal abkoppeln und unter Wasser wieder draufkoppeln. Einmal zum Üben. Das Jacket auch unter Wasser mit dem Mund aufzupusten, dass ihr mal kennenlernt. Hey, wenn hier was an der Bedieneinheit kaputt ist, kann ich mir unter Wasser helfen, indem ich da Luft hereinbringe. Weil dann ist, wenn was kaputt ist, unser Abenteuer beendet. Wir gehen zur Wasseroberfläche zurück, um wieder in einer sicheren Atmosphäre zu sein. Wenn sich das Ding alleine aufbläst, weil das hier vielleicht durch Salz oder Sand verklemmt, könnt ihr unter Wasser das Ding einfach abmachen. Und das war bei der Montage. Wenn da Druck drauf ist, ist es ein wenig schwerer. Aber es läuft ganz einfach. Dann ihr zieht zurück, schiebt es einfach so drauf und schiebt am Schlauch wieder auf. Und dann ist es relativ einfach. Jetzt sind wir so weit gewappnet, dass wir die Flasche öffnen können. An einer, an dem Finimeter ist eine Glasscheibe. Damit diese Glasscheibe, das ist noch nie passiert, aber dass diese Glasscheibe nicht unkontrolliert im Fall eines Defektes durch die Gegend fliegt, legen wir die nicht so, dass wir da reinschauen, sondern wir stecken die einfach mal hier zwischen unser Jacket, so gesichert, dass sie nicht durch die Gegend fliegen kann. Dann nehme ich dieses schwarze Teil, unseren Atemregler, ich mache es jetzt einmal vor, drücke die Luftdusche, so heißt das Ding, meinen Druckknopf, ganz leicht und dann öffne ich die Flasche. Und sobald es hier ein bisschen zischt, lasse ich das hier los und drehe die Flasche ganz auf. Ich mache es vor, hier leicht drücken, jetzt hat es gezischt, jetzt lasse ich los und drehe meine Flasche ganz auf. Das dürft ihr jetzt machen, das war das, was wir gerade im Hintergrund gehört haben, wo es ein wenig mehr gezischt hat. Jetzt machen wir einen ersten Test, ob es funktioniert. Dazu nehmen wir den schwarzen, suchen unsere Tankanzeige und beobachten jetzt den Zeiger, der jetzt irgendwo bei 200 in der Nähe stehen sollte. Jetzt stecke ich den in den Mund. Was haben wir vorhin gelernt? Wenn wir den in den Mund stecken, erst ausatmen, den Schlauch so anfassen und das, was jetzt so brummt, ist eine Membrane, die da drin ist. Das ist, wenn es nass ist, weg. Also Mund stecken, atmen, hier drauf schauen, machen. Einfach rein den Mund, pusten und dann atmen. Und den Zeiger mal beobachten. Der Zeiger muss annähernd stehen bleiben. Der darf nicht zappeln, der darf nicht auf Null gehen und dann ist auch alles in Ordnung, was ihr da montiert habt. Es schmeckt ein bisschen nach Medizin, das ist, weil die natürlich desinfiziert sind. Es ist so ein Gemisch aus Gummimedizin. Was tun wir jetzt? Wir checken auch natürlich unsere Alternative. Beobachten unseren Zeiger und alles ist gut. Wenn alles in Ordnung ist, könnt ihr diese Schläuche erstmal so weit an die Seite legen. Und dann nehmen wir mal diesen. Jetzt drückt einfach mal da Luft hinein. Und ihr merkt, es fängt irgendwann an zu zischen. Die können nicht platzen, da ist ein Überdruckventil drin. Jetzt habt ihr das aber wunderschön aufgeblasen. Und jetzt könnt ihr mal stoßweise die Luft ablassen. Ihr merkt, das geht wirklich stoßweise. Das ist nicht nur hier, sondern auch da. Dann blast es bitte nochmal auf. Und dann zieht mal an eurem Schnellablass. Und dann seht ihr, wie schnell der Sack schlaff ist. Jetzt sind wir mit unserem Gerät soweit fertig. Und jetzt können wir unser Gerät einfach die Schläuche nehmen, die jetzt noch frei hängen, legen die in die Mitte. Und können unser Gerät ablegen, sodass keine Schläuche in der Gegend herumbammeln und der nächste dran liegen bleibt. So reicht schon. Und dann einfach auf die Seite legen und dann liegt es gesichert. Sehr gut. Einfach ablegen. Zwei Sachen noch vorweg, bevor wir uns mit der Maske, dem Schnorchel und dem Flossen auseinandersetzen. Wir schauen uns nochmal an von der Idee. Wir gehen gemeinsam tauchen. Wir sind abgetaucht. Wir machen irgendwelche Übungen. Ihr erinnert euch. Hey, lasst die Luft raus. Hey, setzt sich mal auf die Knie und schaut zu. Stopp. Schaut zu, was ich hier mache. Erstens machen wir das. Zweitens machen wir jenes. Dann seid ihr an der Reihe und dürft diese Übung machen. Wenn die Übung schön war, werdet ihr merken, dass das schön war. Indem wir euch entweder sagen, hey, das war toll. Oder give me five. Oder eben auch rechts und links eine Watsche geben. Nein. Wenn es gut war, ist es gut. Jetzt kann es sein, dass wir der Meinung sind, das könnte besser. Dann sagen wir, hey, geht's dir gut? Das war schön, dass du gemacht hast. Mach es bitte noch einmal. Spring nochmal in diese Übung hinein. Mach es bitte noch einmal. Und das wäre auch fast unser letztes Zeichen für den Tag gewesen. Und dann gehen wir auch tauchen. Wichtig ist nochmal, ich muss pipi. Das kann man anzeigen, indem man sagt, ich muss pipi. Und dann werde ich sagen, okay, da musst du selber durch. Danke für die Aufmerksamkeit. Gleich befassen wir uns noch mit den Masken und dem Schnorcheln und den Flossen. Und dann geht's auch schon los. Und dann geht's. 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 Bis zum nächsten Mal.